. 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 Ich brauche jetzt mal Geld, dass wir mal auf ein gescheiter, ein einigermaßen gescheiter Fuhrpark kommen. Das geht nicht. Du musst auch mal ein Tal durchstellen. Du bist nur im Tal. Und? Ich will aber auch nicht warten, bis es fortzugehen. Das sagt er gleich. Dieses Jahr muss wirklich an den Grundbaustand gesetzt werden. Dieses Jahr. Das tut immer, wie wenn ich ihm alles wegnehmen will. Was? Der Vater. Ich will doch auch noch ein bestes. Du kannst ja auch aufhören. Das ist das Einfachste. Den Hofumtreib traue ich auf jeden Fall zu. Wenn du nebenher noch schaffen willst, dann weiß ich nicht, wie das anstellt wird. Das ist ein kleines Dickkopf durchgesetzt. Und nie wieder hintergegangen. Bis in zwei Monaten muss das Ding gerichtet sein. Weil dann kommen sie. Ja. Und wenn es dann nicht gerichtet ist, dann geht nachts um sechs. Ich sage immer, endlich das beste Tier zum Beispiel. Die können fliegen, schwimmen, tauchen und laufen. Ich kann alles. Aber halt auch nicht so wirklich gut. Also ich denke, nicht wieder freiwillig. Ah, ich denke, wieder rumbringen. Ich mache es jetzt, glaube ich, echt im Alleingang und sage, scheiß auf die Welt, ich habe meine Idee. So wie Frank Sinatra, sie sagte, I do not my way. Auf meine Weise. Fertig. Auf meine Weise. Auf meine Weise. Auf meine Weise. Auf meine Weise.